So, hallo zusammen, hier ist wieder Andy vom eKiwi-Blog und heute geht es nochmal um O2, die Preiserhöhung und die Auswirkungen auf andere Anbieter. Ja, O2 hat ja die Preise für den Unlimited Max-Tarif ordentlich nach oben gesetzt auf 100 Euro und dann auch den Drittanbietern wie zum Beispiel Freenet, ja im Prinzip Einschränkungen auferlegt, dass ihre Unlimited-Tarife bzw. Tarife mit vielen Datenmodum nicht mehr die volle Geschwindigkeit bekommen. Freenet Funk bekommt zwar noch unlimitiertes Internet, allerdings auf 15 Mbit reduzierte Geschwindigkeit und das gleiche hier auch bei Freenet Internet LTE. Und was mir dann auch aufgefallen ist, ist, dass bei Freenet selber die Unlimited Max-Tarife rausgefallen sind an dem Tag, als die Preiserhöhung hier wirksam wurde. Anscheinend möchte Telefonica einfach nicht mehr, dass das Netz so stark belastet wird von so günstigen Tarifen. Meint man, aber inzwischen wurde ich darauf hingewiesen, dass bei Freenet die Max-Tarife wieder aufgetaucht sind und auch nur zu einem ordentlichen Rabattpreis. Ich hätte ja eher erwartet, dass, sage ich mal, diese ganzen Rabattaktionen, die es da so gibt, dass die halt nicht so gern gesehen werden von Telefonica bzw. O2 und man deswegen im Prinzip die ganze Sache so ein bisschen eingeschränkt hat. Deswegen bin ich sehr, sehr verwundert, dass diese Tarife tatsächlich jetzt wieder hier aufgetaucht sind. Und wir sehen jetzt hier zum Beispiel O2 Mobile Unlimited Max monatlich kündbar für 50 Euro statt 100 Euro, wie es dann original bei O2 kostet. Beziehungsweise, wenn man sich sogar zwei Jahre bindet, dann ist das Ganze nochmal 5 Euro billiger. Wobei man hier natürlich aufpassen muss, die 55 Euro weniger, die gelten dann nur für die ersten 24 Monate. Danach wird der Preis dann erhöht. Das ist so eine klassische Freenet-Masche, nenne ich das jetzt mal, dass bei solchen Tarifen dann nach den 24 Monaten der Preis dann hochgeht. Also da muss man rechtzeitig auch kündigen. Bei dem jetzt hier Rabatt auf Lebenszeit, da kostet das Ganze dann regulär nur 49,99 Euro. Ja, also im Prinzip ist es schon ganz interessant. Da fragt man sich dann schon, wer geht jetzt hier noch zu O2 direkt und zahlt da deutlich mehr. Natürlich, der Tarif hat ein paar Einschränkungen hier für die 50 Euro. Man sieht jetzt hier LTE Internet Flat. Hier ist jetzt ein LTE, kann man da verwenden. Also nicht das 5G-Netz, wie es jetzt hier bei O2 direkt ist. Und auch von der Geschwindigkeit her, ich habe hier mal das Produktinformationsblatt. Da sieht man jetzt hier im Download 225 Mbit, im Upload 50 Mbit. Hier hat man dann da doch im Prinzip das Doppelte oder ein bisschen mehr als das Doppelte sogar 500 Mbit pro Sekunde. In der Praxis muss dann jeder für sich selber entscheiden, ob er dann diesen Aufpreis im Prinzip in Kauf nimmt. Oder sich sagt, naja, eigentlich Unlimited ist mir wichtiger, die Geschwindigkeit von LTE reicht mir auch aus. Da spare ich hier entsprechend Geld. Ja, also ich bin insgesamt sehr, sehr verwundert, dass diese Tarife doch wieder aufgetaucht sind. Ich hätte jetzt damit gerechnet, dass O2 sich halt gesagt hat, nein, wir wollen jetzt diese günstigen Anbieter, die wollen wir jetzt nicht mehr hier in unserem Netz haben mit den entsprechenden Rabatten. Und wer wirklich Unlimited mit der vollen Geschwindigkeit haben will, der muss direkt zu uns kommen und dann eben die Premiumpreise an der Stelle bezahlen. Also finde ich sehr, sehr interessant, dass das so ist. Und wenn ich jetzt persönlich so einen Tarif bräuchte, ich würde ganz ehrlich dann zu diesem Tarif dann hier tendieren, weil einfach, ja, das würde mir dann wahrscheinlich ausreichen von der Geschwindigkeit her LTE. Der Aufpreis von 50 Euro im Monat wäre es mir dann an der Stelle nicht wert. Und ja, vielleicht würde ich auch einfach dann so einen Unlimited Smart Tarif nehmen. Also sowas dann hier mit 1503, das würde mir wahrscheinlich unterwegs dann auch ausreichen. Ja, interessant, mal schauen, was als nächstes hier noch so kommt. Also derzeit scheint da so ein bisschen ein Durcheinander da zu sein. Schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr davon haltet. Und in diesem Sinne sage ich Tschüss und auf Wiedersehen, euer Andy vom IQW-Blog.